Allihallo und willkommen auf meinem Channel. Es wird endlich wärmer und wer hat da nicht Bock auf einen geilen Cocktail? Ich habe hier mal eine Cocktail-App rausgesucht, die heißt Mix It Real. Ist richtig genial und die zeigt euch auch, wie man die Cocktails zubereitet. Ich zeige euch mal, wie das geht. Also man hat nicht viel Auswahl, ist eine kleine Cocktail-App, aber die ist irgendwie so ein kleines Gimmick. Also ich finde die echt geil, die kann man echt mal seinen Gästen zeigen oder auf Veranstaltungen oder egal wo ihr hingeht, auf Partys. Wenn ihr auf eine Party geht und zeigt, ey, ich habe hier eine geile App, ich zeige dir, wie das geht, da könnt ihr echt Leute beeindrucken damit. Gehen wir mal auf Zubereiten. Also das kommt hier rein, die Zutaten, 4cl Rum, 2cl Wodka, Blue Curaçao, Kokossirup und Andressaft. Hier steht auch Wie. Und jetzt wollen wir erstmal hier unten auf Abmessen gehen. Und jetzt messen wir mit dem Finger die Breite ab vom Glas. Ja, wie breit ist das Glas? Ja, seht ihr da oben das Zentimeter-Ding. So, nehmen wir 7,5 Zentimeter. Jetzt mixen. So, dann haltet ihr das Handy daneben, ja, und schüttet praktisch jetzt 4cl Rum rein. Hier seht ihr, wenn ich das Handy bewege, bewegt sich das hier auch, die Eiswürfel. Ja, und das andere auch. So, die nächsten Zutaten. Also ihr müsst das Handy dann daneben stellen, ja. Nächsten Zutaten. So, der Wodka ist drin, Blue Curaçao ist drin, der Kokossirup ist drin, der Ananassaft ist drin. Und jetzt genießen. Nächster Cocktail. Also ich finde das echt genial. Hier haben wir noch Cuba Libre, den Zombie, Caipirinha, Virgin Colada, kenne ich gar nicht. Okay, egal. Bloody Mary, den kenne ich auch nicht. Pina Colada, den kenne ich auch nicht. Also einige kennt man einfach nicht. So, komm, wir machen nochmal einen. Welchen nehmen wir denn? Werden hier Farben drin? Hier hat überhaupt niemand mehr Farben drin. Wir nehmen mal den Virgin Colada. Zubereitung. Hier haben wir noch eine Anleitung. Zack. So, geht die App. Da seht ihr das, also. Die Zutaten. Und wieder das abmessen. Ist dasselbe Glas. Wir haben dasselbe Glas genommen. Wieder daneben halten. Jetzt sagt man selber, das ist doch echt wirklich cool. Ob es wirklich stimmt, wenn ihr es daneben haltet, ist ja egal. Aber ich finde, es ist echt nochmal eine coole Idee. Die App ist auch umsonst. Mix It Real heißt die. Und also für einen Partyspaß, alle mal zu haben. Und ich meine, die Zutaten, die stehen ja drauf. Also ich finde es wirklich genial. Also, wenn euch die App auch gefällt, macht mal einen Daumen hoch. Ich freue mich, wenn euch mein Channel gefällt, dann bitte mal abonnieren. Ja, und das war es von meiner Seite her schon. Dann genießt mal die warmen Tage, die da sind. Hoffentlich bleiben sie auch mal. Ja, und dann sehen wir uns bei der nächsten App-Vorstellung. In diesem Sinne, haut der Rinne.